Hallo Leute, BuddhaTV hier und heute mit der Prepper Quest Suchmission. Für die Quest schickt uns Prepper auf die Map Woods. Hier müssen wir zwei Orte erkundschaften im östlichen Teil der Map. Fangen wir mit dem ersten an und zwar mit dem Convoy. Hier muss man sich einfach nur in der Nähe des Konvois befinden. Der nächste Ort ist das Jusek Camp. Haben wir auch diesen erkundschaftet, müssen wir nur noch den Raid verlassen und die Quest kann bei Prepper abgegeben werden. Ich hoffe ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Falls ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Schaut mir live beim Spielen zu auf Twitch. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!